diese hose ist einfach doch schrecklich wenn ihr mir quoten habt aber auch eine frisur grad ja ich weiß ich bin irgendwie was frisuren angeht bin sehr unschlüssig immer überlege 1000 mal passt es jetzt passt es nicht wenn ich das so machen dann gefällt mir doch nicht bleibt doch beim alten erstmal ja mal kurz klassenquest mein story ziel für heute hatte ich erreicht wie ich mich kenne mache ich sowieso überlänge mache ich gefühlt immer deswegen ist es ja auch nichts neues ne ich muss unbedingt meine münchen erreichen sonst kann ich nicht in ruhe schlafen wir sind hier bei stufe 20 ja stufe 20 ja ganz lange überlänge lohnt sich nam daki ja ja ich bin gerade wieder ein bisschen wacher gerade passt es gerade bin ich wach wohin hatte ich irgendwie so eine kleine müdigkeitsphase da war ich schon überlegen meine letzten energy zu öffnen wenn ich mir eigentlich morgen aufheben wollte und ja für gewöhnlich 16 bis 0 uhr eine zeit lang habe ich auch dazu geneigt bis 23 uhr zu machen das ist aber zur zeit eher semi möglich weil ich halt gerade mitten im umzug bin und am renovieren und ja da muss ich relativ fit sein auf dauer weil das tapete abkratzen etwas energie in anspruch nimmt aber reguläre zeit ist halt eigentlich so von 16 bis 0 uhr montags fange ich meistens um 12 an nach bis 0 das ist dann tatsächlich zwölf stunden und sonntags ist halt unterschiedlich je nach lust laune ob together ob nicht together und ja aber in der regel bis 0 kann sich aber auch mal bis ein oder zwei ziehen ist aber zur zeit eher selten der fall muss ich tatsächlich zugeben aber hier glück die letzten paar minuten noch ein zu schaffen also liebt so zölf bis 24 stunden streams zwölf stunden auf jeden fall 24 der letzte 24 er war oh gott wann hatten wir den im september noch doch doch im september war das auch im august war das noch im august war das noch am 29 august haben wir den letzten 24 ansonsten wie gesagt montags immer zwölf stunden wenn ich nicht verschlafen oder wenn nichts dazu schon kommt allgemein tapete abkratzen ist lästig ja wir sind doch beim ersten raum tatsächlich einfach nur weil diese tapete ich weiß nicht was sich die leute dabei gedacht haben auf der normalen wand gegen die tatsächlich super ab vor allem mit nässe richtig gut zwei wände sind leichtbauwände das ist eine tortur da geht nichts ab nicht mal mit wasser und ich habe da schon drei vier mal mit wasser drüber das trifft da schon die komplette wand runter und alt nicht mal frisches also mein verlobter nicht bei er hat es hingekriegt auch nur die ganze zeit so funktioniert nicht nach unten hin also ab der hälfte nach abwärts super wunderbar klappt nach oben hin wird es mal schlimmer das wird immer schlimmer ich habe schon gesagt schatz das machst du dann haben wir noch entdeckt dass auf einem da sind gucken noch so zwei stromkabel glaube ich raus auf dem allem ist kein strom auf dem andern ist dauerstrom und wir haben keine möglichkeit die scheiße auszumachen und darüber jetzt irgendwie die tapete abzukriegen ich habe gesagt das macht er ich mache die anderen zwei wände ich habe da kein bock mehr drauf diese die eine wand die hast mich hat abgrundtief gesagt hier das machst du dann am donnerstag aber eine wand kann ich schon mal streichen da kann ich schon mal die weiße farbe drauf klatschen das mache ich dann am freitag weil freitag und samstag ist bei mir noch wahrscheinlich bis ich dann irgendwann mal umgezogen bin ist noch stream frei da werde ich da habe ich meinen freien tage ja und fürchten werden wir noch weiter beten eigentlich ja eigentlich sind wir da doch es sei nur willst ein anderes thema vorschlagen was ich freue mich jedes mal abwärts nach unten und also ich habe mich gefreut wie ich glaube drei stunden war es wie ich die ganze zeit einmal mit so einem tapeten kratzer dann ich weiß gar nicht mit einem spachtel habe ich das auch noch versucht dann doch mit irgendwas anderem und dann klappt es endlich also wie gesagt da und den schön angefeucht dann auch perfekt abziehen nach oben hin ganzes vergessen selbst wenn du nach oben dann versuchst das so runter zu sehen es wird nichts die scheiße tue ich mir nicht noch mal zu wissen auf der wandseite die anderen wandseiten funktionieren ich habe da nur die ganze zeit darüber gewettert wer überhaupt der tapeten erfunden hat tapeten sind raus und dann haben wir auf der einen seite der wand war eine ganz ganz alte tapete also wir haben eine tapete über die tapete gekleistert weil sie an oben zur decke hin keinen bock hatten den rest abzukratzen da haben sie einfach das zeug dran gelassen dass wir versuchen das irgendwie abzukratzen weil wir nicht drüber malen können immer von oben und jetzt funktioniert leider nicht das ist das problem bei oben geht's nicht dann habe ich irgendwann so ein kleines stückchen konnte ich dann und dann mit den fingern noch mal so nachgepult und dann ja wie gesagt ab der hälfte ging es das ging nicht kannst nicht doch von oben nach unten abziehen das wäre schön gewesen aber sieht doch total von uns dass diese wand egal eine ist fertig einer einer wegen gekriegt wenn ich freue mich darauf sie streichen zu dürfen und befriedigend aber richtig richtig und vor allem es war ihr sonntag waren wir das letzte mal da und frisch ist dann so ok ich gehe ich gehe schon mal runter und es sind die die letzten stücke pizza also ja ja mach mal ich bin hier noch zu am schaffen also bist du sicher dass du noch weitermachen willst so ja mach ich bin gleich da schatz für die stelle später ich kann dann aber irgendwann runter und hat gesagt so ich hab kaputt ja der umzug wird toll und es ist erst der erste raum es folgen noch drei weitere mit tapete ich habe jetzt schon kein bock mehr weil wir fangen halt beim 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 streaming zimmer an damit ich halt wenn ich dann schon rüber ziehe ich dann wenigstens schon meinen raum habe wo ich mich mit euch hinsetzen kann und wo ich dann ordentlich streamen kann ich hätte lieber die fenster geputzt auch wenn dann um zu von mir freue mich schon freuen oder freuen ist dein umzug oder hilfst du bei einem umzug er schlafzimmer danke der wohnzimmer dann der rest nee also wir gehen tatsächlich ja nach der anderen priorität welcher da dann von da aus dann halt auch arbeite und ja es kommt seit erst das stream zimmer dann schlafzimmer dann zwei andere räume ja das gute ist halt wir können hatten langsam auszug machen oder umzug uns hetzt halt keiner wir haben keine frist nichts können das alles gemütlich und in ruhe machen das ist das geile daran freuen sehr cool sehr cool also wie gesagt hätten wir zeitdruck ja klar wären erst die schlafzimmer dran aber so wir haben halt alle zeit der welt deswegen ganz ganz gemütlich ganz geschild klappt doch sonst nicht mit arbeit weil frisch ist es halt unter der woche arbeiten gut donnerstag hat da frei wo unser hund zum arzt muss voruntersuchung da wir keine hunde babys wollen und da unser hund sich immer durch die läufigkeit quält ähm ja wollen wir das gern unterbinden unser hund leidet immer dann meistens nur noch in der ecke oder ist einfach total überdreht eins von beiden also nein da hat sie dann erstmal die voruntersuchung dann fahren die beiden hin machen alles für mich fertig also kleben alles ab damit ich am freitag streichen kann freitag hat frisch ist dann termin dann muss er dann in außendienst für mehrere stunden das heißt er fährt mich vormittags hin und holt mich dann irgendwann gegen ab ab und am samstag sind wir dann noch mal da aber samstag nicht so lange weil wir abends tatsächlich auf einem oktoberfest sind von einem ehemaligen wohnort das hatten wir vor zwei jahren gekauft und karten haben in dem sind leider ihre sind leider noch gültig da wir das geld nicht zum fenster rausgeschmissen haben wollen gehen wir dann haltest im oktoberfest ja was als urne ich will oktoberfest oder nein nein ich glaube das oktoberfest auf das wir gehen das geht jetzt halt kein schwein bin danach definitiv zufrieden und glücklicher mit dem neuen wohnort dann nehme ich gerne alle schrapazen auf mich das glaube ich bei uns ist halt genauso bei uns ist halt echt so weil nachbarn doof da wo wir jetzt wohnen ist halt zu klein um die familie zu erweitern dazu haben wir drei katzen ein hasen und ein hund und fische und ja wir wollen halt uns vergrößern und ja mit ich weiß gar nicht wie viel quadratmeter wohnfläche wir ja ich glaube 65 das ist für zwei leute und ich hätte halt gern zwei bis drei kinder ein bisschen klein privatsphäre ist halt auch null ich im keller aber ich habe die ganze zeit die die fußstapfe von den tieren über mir jetzt auch nicht so geil von daher ich oder wir sind beide froh wenn wir umgezogen sind ich bin auf eins eingeladen wurden was abgesagt wurde wir hatten tatsächlich bei uns haben einen tisch bestellt und hat acht personen oder halt für acht personen geplant war eigentlich damals mit meinen großeltern hin und halt mit freunden ja mein großvater ist ja letztes jahr verstorben und gut wir wussten auch nicht okay behalten jetzt durch korona hat die karten ihre gültigkeit oder nicht und dann hat es vor einigen wochen eine e-mail gekriegt dass wir halt ihre gültigkeit behalten dann waren weiter überlegen weil eigentlich wollte ich nicht habe mir dann aber gedacht okay ist eigentlich zu schade um zeit um halt nicht hinzugeben und zudem hätte ich sowieso von meinen großeltern oder opa ja nicht mehr aber von meiner umhins drauf gekriegt weil sie dann wahrscheinlich wieder gesagt hat nee geht dahin und hat das so gewohnt und das ja dann haben wir heute das essen vorbestellt dafür schon und ich freue mich drauf ist gebrezeln wir haben einfach mal vier mal brezeln besticht und noch ich glaube irgendwas am spieß braten ich weiß gar nicht genau was da war bei weitwürste sind jetzt nicht so mein deswegen bin froh dass wir da so ein spieß braten dann haben wird lecker jetzt seit 33 quadratmeter und hier aber auch alleine ja gut ich weiß gar nicht wie viel ich vorher hatte ich glaube ich weiß gar nicht 35 glaube als ich allein gewohnt hatte hatte ich auch so 35 40 quadratmeter weiß gar nicht mehr wie viel das kann auch mehr gewesen sein weiß er die mehr genau ich hatte ein großes wohnzimmer das weiß ich wohnzimmer schlafzimmer im kleinen teil vom flur und küche war glaube ich geteilt glaube ich nicht voll mit drin wie lange stehe ich jetzt hier und rede bald wieder statt zu lesen und warum steht eine nackte mikote neben mir oh du bist es tut mir leid aber ich habe nichts was ich dir beibringen könnte vielleicht hatte ich das auch nie du solltest lieber schutz schutz trainieren warum fragst du sie nicht einfach mal okay ich bin ne das weiß ich leid bringer ja wow schütchen und so eine boxer boxer shorts geil ist jetzt nicht besonders viel also du hattest die ausgelockt dann kann ich ja kann ich das einmal auflösen ich befürchte dass bald auch wieder das andere dinge da kommt ich dachte deine fortschritte würden meister harmon dazu bewegen sich aufzuraffen aber anscheinend reicht das nicht aus aber was könnten wir sonst noch tun oh ich habe eine idee es scheint nicht auszureichen wenn du einfach nur stärker wirst aber wenn du haargenau in die fußstämpfe von meister harmon triffst er triffst und die gleichen herausforderungen meister wie er in seiner jugend möchte behaupten dass dies sein kampfgeist neu entfachen würde hör gut zu er daher die meist der meister hat mir eins erzählt dass er seine kombi kombo techniken verfeinert indem er tödliche kreaturen dazu provozierte auf ihn loszugehen zu diesem zweck hat er sich häufig in den südlichen teil von knochenbleich begeben um die hornissen wolken dort zu bekämpfen die baumstimme auf die er zu jener zeit einschlug tragen noch immer die spuren seiner fäuste ich möchte dass du diese bäume ausfindig machst das meister harmon gleich tust brügele mit schlag auf schlag auf die einen und erledige die erscheinenden hornissen wolken wenn du genügend der kreaturen erschlagen die starke gesammelt hast kirche her zurück und zeige sie meister harmon ich bin mir sicher sie werden ihnen an bessere zeiten erinnern schön ein toller job ein toller toller job aber ich gehe vorher meine gehilfen einmal neu los schicken diese rüstung ist halt echt furchtbar ist einfach nur grauenhaft so was garuda habe ich eine ganze weile jetzt zeit ne glaube ich 6 7 8 9 10 11 quest wieder ja und so gibt es clever ja bei mir ich will versuchen dies mal alles selbst herzustellen und mir nicht direkt alles zu kaufen das ist so eine kleine challenge die ich mir selbst gesetzt habe ich könnte ans markt wird gehen ich könnte mir was holen ich will es mal schaffen ohne ich kaufe gewöhnlich auch immer alles aber ich möchte einmal ich glaube auch großteils mir selbst beweisen dass ich auch mal warten kann und bisher klappt es ganz gut weil mir halt die 50er job rüstung gefällt bei fast allen klassen ich kenne noch nicht alle weil ich noch nie alle auf 50 hatte aber zum beispiel bade liebe ich das outfit weiß mag ja gut bin ich jetzt nicht ganz so für mich wieder weihnachtsmann ein bisschen dragoon rüstung ist auch mega liebe ich gut die rüstung er ist okay kann ich mit leben das ding finde ich absolut furchtbar was sich die leute dabei gedacht haben ich habe keine ahnung ja gut und ich glaube die vom beschwörer fand ich jetzt auch nicht so geil die vom schurken kenne ich nicht und die vom krieger kenne ich jetzt so an sich auch nicht und das was ich da bekommen habe möchte ich glaube ich noch behalten den königlichen raumteiler keine ahnung von kraft schon oft würde ich fast alle auf dort sie habe ich halt auch nicht aber ich versuche mich da irgendwann mal rein zu fuchsen ich möchte zeit echt mal versuchen den fischer habe ich zum beispiel auf 59 mittlerweile leider weiter als ich wollte den spiel hier so erstmal nicht morgen will ich mich ein bisschen an den gärtner wagen da wird den gärtner auf 50 kriegen mal gucken ob ich das so hinkriege wie ich mir das vorstelle und ja heutzutage als größtenteils für story eingeplant gewesen derzeit noch ein bisschen klassenfest dass ich zumindest oft 30er bin ich mich mönch nennen kann dann mal gucken was wir dann noch machen und wie spät dann ist das war eigentlich dass ich weiß ich kann dem nichts abgewinnen aber ich mag das schwarz mag ich auch allgemein nicht schwarz mag hier ist nicht meine klasse ich nie ach da ist sowieso hier gerade die kinder kann ich auch die eine story fest machen das sind für eine grüne quest der 35er ja kommen die kann ich auch noch machen deswegen bin drüber die kann ich auch immer abgeben so servus hallo ja da bin ich ja da bin ich natürlich kenne ich mich mit den den naturierten christlein gut aus das ist mein hauptforschungsgebiet willst du etwas darüber wissen 46 sobald ich den auf 49 habe und dann nur noch klassenquests durchziehe muss ich die nächste klasse natürlich auf story machen wenn ich den wenigstens bis garuda kriege ne wenigstens die story noch bis garuda durchziehen ich will halt nicht über 50 hinaus kommen das ist auch nochmal so eine kleine challenge für mich ich wollte mir halt spannend machen klingt seltsam aber irgendwie ich wollte ja erstmal alles auf 50 ziehen und danach mal schauen bloß alle nebenquests und so weiter das was ich sonst nicht gemacht habe mein main trotz der quest die ich nie gemacht habe ich glaube am meisten habe ich wenigstens noch die blauen gemacht die goldenen hat gar nicht nicht da gibt es teilweise coole pets die ich sonst nie gefunden hätte ich muss das machen mein innerer monke bietet das mir wie schön ich habe jetzt getreffend dass ich für mein fordungsgebiet interessiert in diesem teil er ist gibt es nicht viele gebildete leute und noch weniger diese mit denaturen auskennen genauer gesagt bin ich außer dir bin ich außer dir bisher nur ein begegnet das war ein gewisser markest in der sankt adamant laden damakirche ich kann den namen aussprechen ein komischer kauf zunächst weil er nicht sehr gesprächig bis ich ein paar worte über technisch verlange fallen ließ er taucht er plötzlich auf wenn ich dich richtig verstanden habe dann wirst du einen denaturierten kristall nicht nur im feld untersuchen sondern sammeln ja lässt dir gesagt sein dass das nicht ganz einfach ist dieser namen schon impliziert besitzen derlei denaturierte kristalle starke energien dafür brauchst du also ein speziell präpariertes gefäß das jene verzehrende kraft des kristalls im zaum hält als experte meines fachs bin ich natürlich bestens aus groß und stelle dir gerne einen meiner verstärkten ton töpfe zur verfügung denn nein nicht der rede wert bring den tontopf zu meiner meisterschülerin harazako in hohenbrück sobald er das gefäß sieht wird er wissen was sein anliegen ist und hier mit rasch und tat zur seite stehen was zusammen als denaturierten kristalls betrifft eigentlich eher so der tank typ und einige nacken wir finde ich auch schick ich brauche noch einen heiler für mentor tank ist tatsächlich bei mir so gar nicht meins ich habe zwar hier ein ja wegen mentor weiß magisch spiel ich halt verdammt gerne heiler für die unspielbar stimme ich dir zu ich spiele oder habe auch etwa 14 auf der ps4 und ich finde heilen am controller grauenvoll ronda objekt bademain also von einem anderen bin ich tatsächlich weeper und white mage man früher auch bade bin aber vom baden quasi wer kommt wo ich den baden immer noch liebe verbinde sehr viel mit dem baden aber mittlerweile weeper und white mage ich muss beim white mage die aktuellen nicht üben aber dazu müsste ich halt nur mit meinem anderen online gehen und ja wenn man zeit hätte wenn man die zeit hätte aber jegliche freie zeit ich habe die stream ich oder verbringen sie tatsächlich mal meiner besseren hälfte aus fliegenschwärme eben nicht mehr viel erfahrung werde ich auch um die geben gar keine erfahrung mehr das ist noch besser deswegen stirbt äh ne hier also bist du ja hast du den roben stoff besorgt danke jetzt kann ich endlich die robe flicken der priester hat schon dreimal nach mir schicken lassen er meinte es wäre seine einzige robe nackt können dass sie sie nicht auf die straße weiß gar nicht was die priester immer mit ihren roben anstellen neulich kam marquez zu mir seiner völlig verkohlten rober als hätte er damit mit einem feuer gestanden wir hatten nur auf ps5 zwingen aber zum glück kann man ja den beschwörer auf 90 leveln wenn man kommt ja sehen beschwörer automatisch auf 90 hat nur die lust für den beschwörer zu leveln ja ja das ist das geile dass beschwörung gelehrtheit zusammen ist das macht es recht einfach für mich ist das schwierig den tank hochzukriegen aber mal gucken was schaffe ich irgendwann auch mal ich habe ja ein text noch 50 ich habe mein schokobuch schon gar nicht mehr draußen gut bringt mir ja auch nichts aber egal es geht ums prinzip könnte ein gebiet kommt wo ich ihn brauche paladin ist am einfachsten wenn ihr das hilft da haben mir viele gesagt ich habe ihn auch schon auf 50 haben tue ich ihn okay okay genug rumgealbert aber den wie gesagt habe ich jetzt halt schon hat mich etwas überwindung gekostet aber ich habe singen gekriegt dank kitty weil kitty tankbonus hat menschen bonus hat und ich damit relativ fix leben konnte wo muss ich mich nicht durch quälen gut ich hätte halt auch in die in den herzen vergehen können immer gerne ja ich brauchte ja noch so lange bis ich doch mit 71 72 die shadow bringer dinge machen kann und dann nicht mehr mit echten menschen in eine innimus dann kann ich da werden sie erstmal üben irgendwann habe ich mich angetraut jetzt hatte ich fast drei auf 90 und sie machen spaß so ähnlich war es halt bei mir mit den heilern zurzeit probiere ich mich am sage der weise ist ja so an sich echt ganz 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 cool ich komme nur noch nicht ganz mit ihm klar kommt was dickes also das ist das ding die roh die hallöchen wunderschönen guten abend hier halt ja glaube mehr über dem oder ja der der sage halt über das über schaden du musst halt ja da so meine fähigkeiten was ich eigentlich ganz cool finde du kannst schaden machen mit und Untertitelung des ZDF, 2020